Marvin Ventura schwebt wieder auf Wolke 7 Der Sänger versuchte sein Glück 2021 bei DSDS. Dort sorgte der Musiker aber nicht nur mit seiner Stimme für Aufsehen, sondern auch mit der Beziehung zu seiner Mitkandidatin Katharina Eisenblut, 28. Nur wenige Monate nach der Show trennten die beiden sich aber. Katharina ist inzwischen glücklich verheiratet und hat sogar ein Kind. Und nun hat auch Marvin sein Liebesglück gefunden. Wie Bild berichtet, ist Marvin wieder in festen Händen. Seine Partnerin möchte der Bo seiner Fangemeinde aber vorerst nicht vorstellen. Sie hält sich lieber im Hintergrund und das akzeptiere ich auch, betonte der Tattoo-Liebhaber, deutete aber an, dass seine Freundin eine große Stütze für ihn sei. Schon bald erscheint nämlich sein neuer Song Demons, in dem er seine Höhen und Tiefen verarbeitet. Daran ist seine Partnerin wohl nicht ganz unbeteiligt. Wichtig ist, dass man eine Person an der Seite hat, die einen wieder aus der Depression rauszieht, machte Marvin daraufhin deutlich. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.